Guten Tag! Moment, das ist hier für ein anderes Video. Egal, willkommen zu Gladiator's Online! Death before dishonor! Wir sind zurück vom Übungskampf und Übungshof und sonst was. Und, äh, 2 Punkte sind erstmal zu verteilen auf den Bruchtypen. Da der Schild hat, äh, was mache ich denn hier? Ich würde mal sagen, 2 Punkte gebe ich auf jeden Fall auf Gesundheit. Perfekt. Okay. War da etwa nur ein Punkt? Oh, jo. War nur ein Punkt? Okay, okay. Ah, steh, 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 äh, ich hab das gelesen. Okay. Äh, dem will ich, äh, einfach nur zur bestialen Kampfmaschine erzählen. Ich könnte jetzt natürlich einmal wiederholen, aber nö. Trefferchance ist auch gut. So, Läusenpus. Läusipus. Uhuhuhu. Der ist OP. So, dann wird erstmal ein Kampf gemacht mit Läusipus. Äh, riskier ich's mit Läusipus? Ja, der ist so OP. Risky. Oh, jetzt hab ich Computer genommen. Hoffentlich ist Läusipus, äh, stark genug, um gegen den Computer zu kämpfen. Ja, hallo, ich bin vorbereitet. Ich bin bereit. Oha, alle Punkte, die er hat, sind schlechter. Und er sagt, er hat grad zu mir gesagt, You gonna die. Aber ich sage nur, wenn du's wirklich glaubst, dann glaubst du's halt. Alter, meiner hat 135 Schaden bis 160 Schaden und dann hat du irgendwie 40 Schaden gehabt. Oh. Man sollte natürlich auch wissen, wie dieses Spiel funktioniert. Boom. Was konnte das nochmal? Hebt alle derzeitigen negative Effekte vom Gladiator aus. Was ist, äh, generiert? Hier ist zum... Boom. In your face. Hier kommt OP Läusipus und haut die kaputt. Boom. Wie? Er gibt auf. Was für ein... Was? Mein kämpft bitteschön bis zum Tod. Und nicht so einfach, uh, ich hab kein Bock hier. Ich bin der Pussy und hau einfach ab. So. Komm. Nee. Ich hab doch einen Kampf auf Leben und Trucht gewählt. Moment, ist er jetzt Level abgemacht? Nee. Aber er könnte jetzt trainieren. Und da er eh nicht volles Leben hat, steht doch hier irgendwo, ne? Ja, da er eh nicht volles Leben hat, schicke ich ihn jetzt lieber trainieren. So, wo ist Läusipus? Da. Beim Doktor trainieren. Und 180% Punkte wollen wir natürlich für ihn, äh, aufblättern. Und dann machen wir hier mit unseren zweiten... Zerstörungstypen, nämlich... X-Choice. Äh, nee, ich will X-Choice. Jep. Hier sind Scheuze-Lenker, ich schieße jetzt in den Kampf. Von mir aus kann ruhig wieder Computer sein. Wenn's schneller geht. Ist echt gut gemacht, dass man, äh, auch gegen Computer spielen kann. Zwar verfälscht das als Ergebnis ein bisschen. Zum Beispiel, jetzt ist es ein Computer. Und der hat da relativ viel Schaden. Ja, hier AI. Da sieht man, der hat Power. Ich bin mal gespannt, wie die, wie stark die KI ist. Auf die muss man wenigstens nicht, äh, eh, lange warten. Ein Vorteil von KI. Ja, ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber halt... Wie heißt das? Also, ich meine mein Charakter. Aber... Hohoho. Zack. Alter, voll brutal. Stirb. Stirb. Hm. Und er, er, er... Oh, nein. Er lebt noch. Mann. Ich wollte den Kopf abschlagen. Ich hab das noch nie gehabt. Und das hätte gerade beim Kampf auch hier sein müssen. Dass er jetzt sagen müsste... Joa... Nein. Und hier noch einmal der krasse Kampf. Wie sich der alles anhörte. Ich schläge und verursache 113 damage im Kopf. Ich losse Sternfestigkeit ein und bla bla bla. Und dann alles kaputt. Und hier, ich hab ihn voll zerstört. Nice. So. Und jetzt der letzte Kampf. Natürlich wieder Risiko. Mit diesem Schildtypen. Ich bin mal gespannt, ob er diesmal stirbt. So, anscheinend ist wieder AI. Jo. AI. Und der gleiche wie vorhin. So, jetzt wirst du aber richtig schon verrecken. Jetzt kommt nämlich mein Kumpel. Und der macht dich kaputt. Lol. So. 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 Dreck. So. 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 Jawohl, ich habe ihn noch gekriegt, kaputt zu kriegen. Jawohl, jetzt, jetzt, jetzt mach aber Daumen runter. Och, Junge, ist voll der Weicheiweiße. Alter, habe ich viel Leben verloren, krass. Gegenstand ist beschädigt und wird bald unbrauchbar. Kann ich den nicht reparieren oder so? Glückwunsch, Dominus, euer Haus hat folgende Stufe erreicht, Stufe 3. Zusätzliche Quartiere, Sancturium und Übungsplätze. Gladiatorn ist Stufe 3. Es ist gerade das 3, kann ich nun errichten. Oh, krass. Also der ist gerade am trainieren. Kann ich jetzt etwa... Mh, nee. Alter, könnte ich hier viel Ballerballer-Mann-Einweite machen, ey. So. Jetzt bin ich fast bei meinen Dingsbums. Das heißt, der... Äh, Ausrüstung. Aktive Ausrüstung. Das ist... Ja, ich repariere es für null Dinar, na gerne, immer. Gratis reparieren meine Ausrüstung. Gerne. Da habe ich kein Problem mit. Und der muss erstmal Gesundheit regenerieren. Nämlich... Alles. Und das wären... Bei 10 Minuten. Bei 10 Minuten. Das... So, muss noch jemand, äh, regenerieren? Ne, der eine ist, der ist... Der genießt, der... Achso, ich müsste einen Helfer anheuern. Ja, dann suchen wir uns eben Personal. Und den Quacksalber für einen Tag. Damit er jetzt genesen kann. Hier. Äh, der braucht... Zwei Denare. Sieben Denare ausgegeben. So. Tägliche Quests haben wir auch erledigt. So. 10 Kämpfe in der Arena besiegt. 500. Uh. Uh. Geil. Und gekauft. Um. Jetzt können wir uns noch einen auf dem Markt... Ein schönes Stück Fleisch gönnen. So. Mal erst mal gucken, was der Leustipp für eine Klasse war. So ein Sperrtkrieger oder so ein Dreiachstyper. Ich mag diese, die viel Damage austeilen lieber. Moment, wir hatten doch eine Klasse, aber noch überhaupt gar nicht. Ja, ich würde mal sagen, das war mit diesen... Ja, genau der. So, dann geben wir uns hier ein Stück schönes Fleisch. Aber die sind alle viel zu teuer. Aber wir haben noch genügend Punkte, um uns einen Level 1 Kumpel zu gönnen. Und der hier scheint wohl gleich fertig zu sein. Also gönnen wir uns mal den Typen. Jo. Ey. Haben wir den jetzt bekommen? Geil. Haben wir den bekommen. So. Wird natürlich auch den nehmen können. Der hat 70 Schaden gehabt. Wie viel hat der jetzt an Schaden gehabt? Das ist jetzt nicht immer schlechter. Mann. Ich kaufe immer das Falsche ein, ne? Ich kaufe immer die falschen Sachen ein. Egal, wer weiß ich. Den Typen rüsten wir jetzt noch aus. Der könnte jetzt trainieren gehen. Der Borei. Ich habe aber keinen weiteren Übungsplatz. Das hätte ich eher kaufen sollen. Obwohl ich mag auch lieber mit ganz, ganz vielen Leuten. Aber auf jeden Fall. Den wollte ich ja jetzt hier einmal kurz gucken. So. Was hat er denn für Skills? Hier. Macht den Gegnerischen unbrauchbar. 10%. Verursacht 1% Maximalgesundheit als Blutungsschaden. Stärkt Schaden um 10% und verursacht 1%. Krass. Alter, ein heftiger, richtig heftiger Stun. Und dann natürlich den Verstärkt Schaden um 10%. Ist das die Dauer, wie lange es geht? Ne. Ist die Abklingzeit. Das heißt, man kann immer wieder seinen Schaden aufpushen. Also was weiß ich, das gilt jetzt erstmal so. Weil wenn er stirbt, kann ich ja eh wieder einen neuen nehmen und dann wieder ausrüsten. So. Erstmal, ja das legen wir an und dann gehen wir das Arsenal erstmal besuchen. Nur das Blickste für ihn. Ja, das ist in Ordnung. War nur das Blickste. So, jetzt gehen wir erstmal einen Kampf mit Arslan bestreiten. Und das wird auch der letzte Kampf für diese Folge sein. Ja, am liebsten würde ich gegen den Menschen kämpfen, aber wenn keine Menschen zu weit da sind, um dagegen zu kämpfen, muss ich wohl auf Computer gehen. Und Computer wird gewonnen. Schneller als Mensch. Ja, hier steht, ja, ist IE. Okay, bin mal gespannt, wie sich diese Klasse spielt. Das sollte vielleicht mir ausweichen. Hä, wann bekommt man denn das aktivieren? Geil, jetzt blutet der. Ich weiß jetzt noch nicht, wie stark dieser Charakter werden kann, aber er scheint ziemlich stark zu werden. Also diese Klasse generell, dass die auch ziemlich stark ist. Zumindest stärker als diese, diese eine Klasse. Die Klasse, die ich gerade eben noch gespielt habe und den Kampf nur gerade so eben gewonnen habe. So, jetzt müsste ich ein bisschen blocken. Und da liegt er schon am Boden. Ich habe hier wieder schon wieder richtig viel Ausdauer verloren. Ich sollte vielleicht darauf ein bisschen mehr achten. Für den nächsten Kämpfer schreibe ich auf jeden Fall auf. Ein bisschen mehr auf Ausdauer zu achten. Und dann geht da schon alles. So. Zwei neuner Nachrichten, haben gewonnen, gewonnen. Jo, passt doch. Kann trainieren, kann trainieren. Ja, der eine trainiert ja schon. So, einmal noch ein Sartorio. Denn hier muss noch einer geheilt werden. Wie lange muss das sein? Ja, klar. So, dann sind alle... Oh, guck mal, wir sind eine höhere Linie in den Millionen aufgestiegen. 100% Bonus. Geil. Na dann, sind wir schon hier. Gönnt euch mal, wie viel man hier bekommt, Alter. Das Risiko mega groß. Was? Ach, das ist das Risiko. Wo ist exekutiert? Ah, und hier? Niedrig ist hier. Das ist ja doof. Ich möchte, dass man exekutiert wird, Alter. Weil da, da war sowas früher nämlich auch. Aber egal, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sieht man sich beim nächsten Video wieder. Tschüss. GmbH. 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 Untertitelung des ZDF, 2020